Meine Damen und Herren, an die Zuschauer hier in der S.O.I.V.A. in der Würzburg und die vielen zu Hause an ihren Fernsehgeräten in Herzenfällen. Kariz ist endlich zurück in Deutschland und es fühlt sich hart. Genau hier, genau jetzt. Dankeschön! Der nächste Kampff, der Kämpfer kommt aus Russland. Zu uns auf die Bühne kommt, Andrei Suenkov! Tim Müller ist aus Deutschland, kommt von der Sportakademie Fischer. Tim ist 24 Jahre alt, hat 37 Fights, davon 27 gewonnen, 12 durch K.O. Sein Trainer ist Ralf Fischer. Tim hat die Titel Israel-European-Champion 2017 und BKU-Champion 2017. Sein Gegner kommt aus Kasachstan von der Kanschburgschule Anspar, Arthur Schäder. Arthur ist 23 Jahre alt, hält einen Rekord von 29 Fights. Davon hat er 27 gewonnen, 12 da vorne durch K.O. Sein Trainer ist Vedi Pestischer. Der Titel, den er hat er momentan ist, BKU-European-Champion. Jungs, ich bitte euch noch mal. Ich bitte auf euren Platz. Partie 2. Pascal Schvoth, komm bitte zu mir. Pascal Schvoth, von der Deutschland, lebt die meiste Zeit in Thailand und trainiert er. Kommt vom Top-Team Buket. Pascal ist 22 Jahre alt. Sein Rekord, er hat 37 Kämpfe, davon 27 gewonnen. Davon 27 K.O. Sein Trainer ist Jan Klein. Pascal ist der amtierende Titelverteidiger K1 Germany Grand Prix Winner 2016. Pascal als Gegner kommt aus Bulgarien, vom Ultimate Gym. Ivo Niko Vordorff kommt zu uns. Ivo ist 29 Jahre alt, hat ein Rekord von 33 Kämpfen, davon 28 gewonnen. Seine Trainer sind Tomislav Obacic und Tomas Strede. Kurs ist schneller. Ich hätte kein Zesmer. Applaus für die Kämpfer. Hassani Amad-Cherbert aus Afghanistan. Hassani. Kämpft für den SCS München. Hassani ist 27 Jahre alt und hat einen Rekord von 119 Fights. Davon hat Hassani 91 gewonnen, 42 davon durch K.O. Sein Trainer ist Günter Scheller. Hassani ist der amtierende ISCA European Champion. Applaus Wir begrüßen, neue Gegner bei uns auf der Bühne und er ist zu uns gefunden hat. Tiha La Keeper, komm zu uns. Tiha, kommst du zu uns? Tiha kommt aus Deutschland vom Scorpions Gym in Köln. Tiha ist 21 Jahre alt, hat einen Rekord von 47 Fights. 42 davon konnte er gewinnen, 5 durch K.O. Seine Trainer sind Ilka, Dönder und Murat. Ihren Titel ist Iska European Champion 2016. Gebt euch die Hand, Jungs. Danke. Da die Kämpfer sich natürlich auf die ersten Kämpfe vorbereiten müssten, möchte ich sie jetzt, begleitet durch euch, nochmal mit einem Riesenapplaus von der Bühne schicken. Dankeschön, Leute. Pascal Jonas Schultz. Der Titelverteidiger ist 22 Jahre alt, hat einen Rekord von 37 Kämpfern. 27 hat er gewonnen. 27 durch K.O. Sein Gegner kommt aus Bulgarien. Vom alten Menschen, wir rufen zu uns in den Reihen, Ivo Nikofora. Ivo Nikofora. Wiener Bezüge! Wiener Bezüge! Wiener Bezüge! Auf das, Niebo! Der Rekord von 239 Jahre alt, er hat einen Rekord von 33 Kippen, 28 davon konnte er gewinnen. 14 durch K.O. Falsch! Jawohl, Igor! Rigo, 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 Rigo! Stuttgart Viva! 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 Vielen Dank.